Gewalt ist keine Lösung, das sage ich immer. Aber wenn du nicht likest und abonnierst, dann wird's nur noch schlimmer. Ein wunderbares Gedicht von einem Mensch. Vielen Dank. Willkommen zu einer neuen Folge Wobbly Live, zusammen mit Mexi. Hallo, das bin ich. Und heute werden wir wieder das Spiel einfach nur crashen, verrückte Dinge anstellen. Deswegen schreibt uns gerne jetzt schon mal in die Kommentare, was wir alles machen können, was wir alles machen sollen. Wir werden das auf jeden Fall nächstes Mal gerne umsetzen. Heute reden wir noch ein bisschen durch. Checkt auf jeden Fall auch Mexis Kanal ab, da haben wir auch was für ihn aufgenommen. Und jetzt rein in den Salat. So, willkommen, Mexi. Ich wollte gerne mit dir dieses Spiel auch einmal spielen. Du wurdest auch sehr oft vorgeschlagen. Deswegen komm, ich nehme dich an die Hand und wir fangen an. Wir gehen zusammen in Sport. Ich mag keinen Sport. Ich habe gehört, du bist nicht mehr so ganz fit. Let's go. Ich war ja vorletzt an drei Stellen am Körper. Ein Eis. Ein Eis. Ich will Eis haben. Holen wir das Eis. Okay, Mexi. Wir brauchen ein Auto. Wir brauchen ein Auto dafür. Wo kriegen wir das eigentlich her? Oh, geil. Kann ich mir drauf... Genau, Mexi, hast du das Spiel schon gespielt? Ja, ich habe es einmal gespielt. Was möchtest du in dieser Folge Schönes anstellen? Das hast du noch nie gemacht und wolltest schon immer einmal tun. Wenn du M drückst, kannst du auf die Map glotzen. Okay, okay. Oh, ein Kratten größer als mein Bauch. Ich sehe es gerade auch. Okay, rechts oben ist eine Insel. Das könnte Madeira sein, ne? Da wollen wir aber, glaube ich, nicht hin, oder? Wenn du willst, können wir auch auf die Madeira-Insel gehen. Okay, wie kommen wir da hin? Wir brauchen ein Boot oder ein Flugzeug. Bist du schon Flugzeug geflohen? Oh, wir sind beim Eiswagen. Ja, geil, aber der überfährt uns, der überfährt uns. Nein, stopp, ihr seht uns nicht. Wir sind im Totenwinkel. Nein, es tut weh. Ich habe ihn rausgeschmissen. Kannst fahren, du. Okay, oh Gott, wie hängst du denn da drin? Schau mal, wie ich gerade fahre. Ich habe gerade einen Heckband. Ich fahre gerade die Kirche ab. So fahre ich übrigens immer. Hilfe, Hilfe. Ich bin schon alt hier. So, wo muss ich denn hin? Ja, such ein Flugzeug. Fahr einfach, ich weiß gar nicht, wohin. Oh, da, das sieht doch aus nach einer Lande. Guck mal, hier, Landeflugbahn, oder? Siehst du das? Ja, bin ready. Nein, ich sehe es nicht, aber fahr hin. Was ist so eigentlich, dass ich im echten Leben eine echt gute Fahrerin bin? Ich fahre schon mal bei dem Auto, du hast fast einen Unfall gebaut. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Also, wenn ich euch einen Tipp geben kann, fahrt nicht mit Gnu. Sie fährt nämlich sehr verrückt, wie hier auch im Spiel. Das stimmt gar nicht. Achtet darauf, wie sie fährt. Guckt mal, wie sie fährt. Das ist eine Brücke, wie cool. Was, Gnu, das ist ein Schien. Ja, aber was passiert, wenn wir hier stehen bleiben? Das finden wir jetzt heraus. Wie sind Miffbusters? Wo ist denn der Zug? Der wird doch angezeigt. Ich sage, der kommt von der Richtung. Oh, der kommt jetzt. Der kommt jetzt. Der kommt an meiner Seite. Hilfe, ich will weg. Gnu, ich sehe den Zug doch. Der kommt von hinten. Okay, warte. Ich halte mich hier oben am Eis fest. Okay, let's go. Maxi, es war schön mit dir. Es war so schön. Nein, nein, nein. Okay, oh Gott. Halt dich fest. Ich halte mich noch fest. Okay, ich kaufe. Halt dich am Zug fest, Gnu. Ja, ja, warte. Maxi, nein. Gnu, der Eiswagen kommt so da mit. Der Eiswagen. Der Eiswagen, Maxi. Falle von der Mäb. Oh, nein. Du bist tot, oder? Ich kann nicht schwimmen. Gnu, ich kann nicht schwimmen. Oh, nein. Oh, hey, ich kann mir Eis kaufen. Wusstest du das? Oh, nee. Da ist ja ein Typ hinten drin. Wusstest du das? Ja, ich habe ihn gesehen eben. Ach so, ich nicht. Ich dachte, das ist ein Freund von dir. Nein, ich kenne ihn nicht. Das war ein Obdachloser, ne? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall verkauft der Eis. Oh, süß, wie du da stehst. Ich mache mal, darf ich ganz kurz eine Sekunde? Ja, warte, ich warte auf dich. Oh, mein Gott. Oh, das ist, warte. Ganz kurz, du hast ein Geschenk. Oh, was da drin? Was hast du denn da? Gar nichts. Ey, wie geil sollen wir da mitfahren? Ich glaube nicht, dass wir da mitfahren. Geil, komm, wir gehen damit. Hey, sollen wir damit auf die Insel fliegen? Auf der Planestation? Ich bin bereit. Let's go. So, du regnest das. Jetzt festhalten und jetzt springen. Aber andere Seite, oder? Okay, let's go. Ja. Du springst. Wir müssen beide springen. Irgendwie funktioniert das nicht ganz so gut. Du bist zu schwer. Oh, geil. Kontrolliert, du, kontrolliert. Es geht nicht. Warum gehen wir jetzt zu Fuß? Warum gehen wir Hand in Hand zu Fuß? Wir haben ein Auto. Heute schon, E-Mail, weil der Hand steigt. Ach, übrigens, wusstest du, wir haben auf deinem Video die 50.000 Likes bekommen. Das heißt, es darf dich wirken nächstes Mal. Bei so und so viel Likes wird Maxi gewirkt vom Gnu. Sag eine Zahl. 50.000. 50.000, ja, okay. Dann wird es lange dauern. Ich weiß, du hast ein Auto, aber ich habe einen heißen Luftballon Gnu. Oh, was? Warte mal, dann können wir rüber auf die Insel. Ja, wenn das funktioniert. Ey, das Game ist so richtig. Oh, da. Nein, da drüben. Oh, das ist noch geiler. Das hört so gar nicht auf. Äh. Oh, geil. Geil. Ich habe es irgendwie. Okay, dann steuere die Insel an. Ich glaube, ich fliege schon richtig. Ja. Aber du rammelst das Ding ein bisschen an. Psch. Okay, weißt du was? Du doch einfach, wenn du es besser kannst. Ich darf mir an Dinge nicht rubbeln. Das dauert ein bisschen lange genug, ne? Ja, aber ich finde es eigentlich ganz... Ich würde sagen, wir gehen... Siehst du da in die Richtung, wo du guckst gerade? Siehst du diese Landestrecke? Genau, ich habe es gerade markiert. Das wäre perfekt. Lass uns da hingehen. Aber weißt du, was hier ist eine Landestation? Hier ist aber kein Flugzeug. Nein, da sind Flugzeuge drin im Hangar. Ich rieche... Ach, da unten ist so ein Flugzeug. Oh, nice. Warst du da schon? Nein. Maxi, lüge nicht. Warst du da schon vor mir? Mit jemand anderem? Ich war da einmal. Das ist halt mein Berg hier. Mit jemand anderem. Sterben wir denn? Würdest du das tun? Oh, süß. Wir sind voll im Schnee drin. Okay, Glüh, hier sind ganz viele Flugzeuge. Willst du fliegen? Ich hätte gerne einen Helikopter. Helikopter, Helikopter. Ja, ich komme kurz zu dir. Hast du nichts gesehen? Hast du nichts gesehen? Ja, ich komme zu dir und weg. Ich bin da. So, komm rein. Ich bin nie gestorben. Okay, let's go. Ich vertraue dir. Sehr gut. Geil. Bei dir, Rami, komm. Ich war noch nie da. Da siehst du, rechts im Tempel, da wohnt Unge. Willst du hier hin? Oh, die Rakete. Ich steig schon mal aus, okay? Ja, okay, ich komme mit. Oh mein Gott. Überleben wir das? Ja, ne? Ich hoffe doch. Oh. Au. Ja. Oh mein Gott, jetzt sehen wir, was Unge die ganze Zeit plant. Ich will da hin. Warte mal, da steht doch ein Schild. Coming soon. Ach, coming soon. Oh Mann, ich will aber jetzt schon hin. Wir wurden schon baited. Das ist fein, das ist gelb. Wollen wir eine Bombe hier drauf werfen? Geht das? Ja, probier mal, wie geht das? Guck, hier ist eine Bombe. Oh, geil. Warte mal. Geh kaputt. Geh kaputt. Geh kaputt. Ich habe ein Geschenk für dich. Oh. Wollen wir noch mal eine? Kannst du noch mal eine holen? Wir haben keine mehr. Was? Ja, was soll man mit einer Bombe anfangen? Ach, du holst wieder eine? Ja, wollte ich eigentlich. Oh geil, ja, ja, perfekt. Siehst du das? Ja, aber hol kurz noch eine Bombe. Können wir den Typen in die Luft sprengen da hinten? Ähm. Ich kann das erklären. Oh mein Gott. Oh, ich bin tot. Nein, wo bist du denn jetzt? Oh, wie du da liegst. Oh, da, oder? Bombe. Okay, mach das zu den Marschel. Wie habe ich das eigentlich angemacht? Weiß ich nicht. Oh, jetzt. Lauf, lauf, lauf. Okay. Lauf. Oh mein Gott. Es trifft halt auch nur dich, ey. Okay, dann lass uns mal weitergehen. So, let's go. Ich will zu deinem Haus. Wohin? Sag mir dein Haus. Also, guck mal hier. Wir werden beide sterben. Oh, nice. Ah, ist gut. Ah, ist gut. Wo sind wir hier? Hier wohne ich, ne? Oh, nice. Ey, Maxi, ne? Also, das ist wirklich geil mit dem Himmel und allem Watertags. Kann sich nicht jeder leisten. Nee. Guck, und hier drinnen ist mein Angelclub. Geil, das ist sogar ein Angestellten. Mhm. Ein Diener. So, lass mal gucken. Wo können wir sonst noch so hingehen? Ne, bei da Wobblies Island ganz oben rechts ist auch noch was. So, und da unten sitzt eine Insel. Okay, die sehe ich nicht. Genau da unten, siehst du? Genau da. Okay, runterfliegen. Ja. Aber so, dass wir das noch veränseln können. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich hab verkehlt. Nein, ich bin in den Wasser. Nein, ich war in den Wasser. Ich bin in den Gegend. Ich bin in den Barriere geflogen. Ich sehe deinen Körper da hinten. Es regnet unter Wasser. Das ergibt voll Sinn. Aber ich glaube, wir sind auf der Insel. Oh ja, gut. Oder? Nein, sind wir nicht. Nein. Echt nicht? Nein, verdammt. Meinst du, die Insel ist besonders? Ich glaube, die Insel ist besonders. Treasure Hunt können wir machen. Da gibt es noch einen Treasure Hunt. Treasure Hunters. Von hier hab ich den Van geklaut. Hä? Wohnwagen. Vielleicht nicht so gut zurückzukommen, ne? Was wollen wir? Wollen wir hart oder wollen wir easy, medium? Äh, erst mal easy. Wir müssen erst mal verstehen, wie das geht. Und dann machen wir hart. Du musst mal deinen *** angucken. Da schlägt es nämlich aus. Du hast gold im Arsch. Oh nein, das stimmt. Da hab ich reingesteckt. Für später. Kannst du was rausdrücken? Ich hab doch gehört, YouTube... Nun, das ist ein Scheißjob, den du ausgesucht hast. Nein, der ist geil. Ich will immer noch auf die Insel, Maxi. Ich glaub, das ist was ganz Besonderes. Okay, ich bringe uns zur Insel hin, okay? Okay, ich komm mit. Oh Gott, aber bitte lass uns am Leben diesmal. Warte, ich komm mit. Du musst mir ab und zu auch mal vertrauen genug. Weißt du, so ein Ding ist das nämlich. Sollen wir über den Drive Up hier? Ja, reden so die in Portugal. In Elm of Madeira. Ist ja witzig. So. Schild brauchen wir nicht. Unbegrenzt. Dann fangen wir hier hoch. Oh, was hast du vor? Aber ist doch die ganz falsche Richtung. Nein, 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 das ist richtig. Sag mal, wie oft hast du das Spiel gespielt? Ich fahr gerade irgendwie random lang. Ich meine, das ist alles geplant. Das ist nämlich eine Rennstrecke für Wohnmobile. Das wirkt richtig professionell hier. Ich hab dir jetzt gerade echt vertraut. Ich hätte dir das jetzt abgekauft, dass du weißt, was du da tust. So, jetzt hier unten. Gibt es auch nochmal Autos? Ja, natürlich. Wusste ich, natürlich. Oh, nice. Nimm dir auch einen? Aber wir können da nichts zusammen. Ey, das ist so nice. Wollang? Jetzt hier durch. Äh, ja, fährt nicht so gut auf Schnee. Maxi, like a pimp. Mhm. Geil. Und jetzt? Pass auf, warte. Oh. Kann man da rein? Mhm, pass auf. Mhm. Sesam, Sesam, öffne dich. Maxi ist wieder da. Ja, auf jeden Fall. Sag mal, ich dachte, du hast das Spiel noch nie gespielt. Hab ich aber noch nicht gespielt. Sag mal, das ist nämlich mein Haus hier. Ich weiß, du kennst das noch nicht wirklich. Das ist eigentlich mein Haus. Ey, sag mal, was geht hier eigentlich gerade ab, Mann? Und genug Pfeffer wird. Was passiert hier denn gerade? Holy shit. Das ist hier mein kleines, äh, geheimes Labor. Da züchte ich halt, ähm, ne? Oh mein Gott. Was ich züchte, ist ja nicht so wichtig. Aber ich züchte hier. Hey, ernsthaft. Was ist denn? Oh mein Gott. Wir können, können, hä? Mhm. Ey, wir dürfen nicht hier sein. Das ist ein geheimer Ort. Wir müssen sie rausschmeißen. Warten sie ab. Vielleicht sind sie doch hilfreich. Ich versuche, ein UFO zu fixen. Also wir brauchen eine Batterie, Fuse, Fuel und Kies. Vier Sachen genug. Wir haben, wir haben ein Ziel. Geil. Wir müssen hier Sachen herstellen, Ingredient. Okay, wir brauchen Ingredient. Okay, gerade ausgewählten Diamant, Reis und die Farbe. Was müssen wir aber herstellen? Ih, ist dieser Durchfall. Ich habe einen Job akzeptiert für uns. Wir müssen fünf Sachen herstellen innerhalb von vier Minuten. Aber was müssen wir denn herstellen? Oh mein Gott, was? Also gucken wir, das nächste, was wir machen müssen, ist das hier. Wir brauchen Lila. Dann brauchen wir Gold und Reis. Lila, Gold hast du? Nee, warte. Lila, Gold hast du weiter? Ja. Stopp, ja. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier drauf drücken. So, jetzt wird es hergestellt. Was machen wir das? Wir finden es heraus. Mach mal hier das Rohr auf. Ich bin mir sicher, es muss hier rein. Äh. Ist es drin? Ja. Und es ist weg. War das jetzt richtig? Das rote Licht hat gescheint. Wir machen es falsch. Maxi, lass uns. Maxi, hör mir zu, schau mich an. Ich verstehe es nicht. Maxi, das haben wir falsch gemacht. Maxi, hör mir zu. Was haben wir falsch? Das war doch alles richtig. Du hast es doch gesehen. Das war richtig. Nein, wir stecken das Ding dann nochmal rein. Komm mal her. Maxi, du musst aufhören. Das hat keinen Sinn. Wieder falsch. Maxi. Ich kündige. Nein, ich habe eine bessere Idee. Wir fragen jetzt die lieben Leute in den Kommentaren. Wie machen wir das? Und jetzt gehen wir aber dafür nochmal kurz zur kleinen Insel hin, auf die ich eigentlich wollte. Okay. Das Spiel ist echt, ich glaube, das ist für Menschen, die sich nicht konzentrieren können, so eine Übung, dass du dich auf eine Sache fokussierst und alles andere geile ignorierst. Genau das meine ich. Was meinst du? Sorry. Ich spritze mit meinem Schlauch Wasser. Sorry, ich habe dich nicht gehört. Genau das meine ich. Ich sage es gerade noch. Okay, komm, lass mal schnell die Abform. Guck mal, da ist noch links in den Raum. Jetzt schon wieder. Weißt du, wir können uns nicht auf eine Sache konzentrieren. Das machen wir schon wieder die nächste Sache. Nein, komm, wir machen das jetzt noch kurz. Das will ich jetzt noch kurz testen. So, let's go. Wir schmeißen mal das hier drunter. Einfach nur zu gucken, ob es in eine andere Galaxie kommt. So, let's go. Nein, 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 du Schwein. Maxi, du Schwein. Oh mein Gott, ich bin wirklich in der Galaxie. Hey, das ist voll geil. Oh, wie ist das genug? Das ist voll schön. Zur Insel noch schnell. Let's go. Da ist eine Höhle, siehst du es? Aber ich glaube, da müssen wir mit einem Boot hinfahren. Ja. Hier sind doch die Boote dafür. Bevor Maxi da jetzt ganz neugierig reinfährt, würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und das seht ihr in der nächsten Folge. Und beschreibt uns bitte, was man mit den Ufos machen kann. Wo finden wir die Teile? Wie funktioniert das? Und als nächstes gehen wir in die Höhle. Und was wir noch unbedingt ausprobieren sollen. Dankeschön, Maxi. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal ab. Da haben wir nämlich auch was für ihn aufgenommen. Und die liebe Reef wartet jetzt auf uns. Deswegen müssen wir los. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.